Hol? Warte mal, kannst du dich mal neben den anderen Trimpe gesetzen? Da hinten, in Gush, mit Yana Auch so Ach so, okay Warte, kann man irgendwie das Hut wegmachen? Geil Die Zungen werden auf, oder so wie er? Ist jetzt zwar doof, weil jetzt sind noch alle im Hintergrund, aber es macht ja nix Rücken wir ein bisschen wieder ran, Pilot Wir werden es kurz offline, ich brauche ein Bier Ähm, ein antialkoholisches Getränk, natürlich Isotonisches Mischgetränk So, danke Gerne Ich darf nur, don't drink and drive Ich bin nachher wieder da Chef zurück So, Thomas bist du da? Ja Ja, dann bist du da Daniel Und den Strotzkopf, der ist nicht zu groß für die Sache da Nice! Halt mich wieder da, ich voll schnell Äh, wo ist denn der Möchtig? Ja, Typ Ja So, äh, ich hab deine Leute mit damit gepackt, oder auch nicht Shit Was habt ihr da gemacht? Wir haben, äh, da hinten Gras geraubt und Kokain genommen Was ist denn? Verständlich Schick schlimm ist also Mit Taroll gewaschen Knick für dich Kokaino wir kriegen das was richtig ballert ich hab ja kein mail also von daher war es das nächste mal wenn du schüsse auf dem auto abgibst hätte ich gerne davor dass du die seitenspiegel zuerst so leute wir haben einen ganz akuten notruf von einem fischstrawler ganz im süden wir haben schon auf der karte eingezeichnet die sagen dass sie mehr als ein verletzten an bord haben und weiterhin mit waffengewalt von piraten auf schlauchbooten bedrängt werden ihr habt freigabe die piraten mit feuergewalt von ihrem vorhaben abzubringen dürft sie auch töten wenn die möglichkeit besteht und bitte an bord die verletzten versorgen und diese dann zurückbringen leute es fallen schüsse aufsetzen könnt ihr alles über funk machen es war bewusst gerade auf die karte hat die dann das kopf dabei was in zwei meter reingehen . . . . . . . . Bravo bereit. Alpha Bravo hergehört. Und zwar hätte ich gern das folgendermaßen, dass Alpha wird die Overwatch-Position nehmen und Bravo wird rumzirkeln und feuern. So verstanden? Bravo verstanden. Aufwärtsamilie. 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 Leer von Bravo, sollen wir dann auch schon direkt entgegen, auf den Zählern, positiv. L2-1 nimmt die violette Linie, er geht zurück zum Target. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wenn sie versuchen an Land zu schwimmen, bitte auf die aufpassen und wenn sich die Lage beruhigt, aufnehmen. So verstanden, ich weiß nicht, ob es technisch möglich ist, aber wir versuchen es. Wenn sie nicht kooperativ sind, nimmt sie fest und bringt sie zurück zur Basis und auch die Verletzten bitte evakuieren vom Schiff. Sore ich mich nicht so gut wie die Verletzten, dass sie aber nicht so gut schauen. Sore ich mich nicht so gut wie die Verletzten. Sore ich mich nicht so gut Sie mal, was ich mich nicht so gut hier sah, dass es im Schiff geht, dass ich den Kopf habe. Lied schon, bravo. Hört. Wir sehen zu unserer Linken vier Züberschneider Wasser. Was sollen wir tun? Du bist ja auf der 100, oder? Du hast ja gehört. Aufnehmen und ja. Zuerst wird der Feind ausgeschaltet. Okay, ist aber schon. So, Alpha übernimmt die Jagd, bravo landet und holt die Zivis. So, Alpha übernimmt die Zivis. So, die Zivis. Untertitelung des ZDF, 2020 Ah, mein Arm! Ah! 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 Ich kam aus dem Nichts! Alles gut, wir haben uns schon gefühlt! Wie geht's Ihnen? Scheiße geht's mir! Okay! Wir sind jetzt auf dem Boot! Zwei Verletzte! Jo! Ja! 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 Ich gehe auf die 120 und mache den Digital Channel 100, bitte! Das wird so kompliziert, die Umschauer bleiben auf der 100 und gut ist! Vur von Bravo! Vur von Bravo! Bravo, die Einzige, ich gehe nichts vor auf dich. Der ist so weit wie das ist. Der ist so weit wie das ist. Der ist so weit wie das ist. Die Gleitschaft bitte mal einen Überflug in unserem Dorf in Nord-Osten. Der ist so weit wie das ist. 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 Äh, Bravo, schicken wir uns, Bravo? Jo. Ja, wir holen uns ab hier. Ja, wir holen uns ab hier. Wollen wir uns nicht mit? Zwei haben bei mir Platz. Ah! 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 Das machen wir schon. Bleib nur, wir versorgen sie. Bleib, wo du bist. Wo ist mein Kumpel? Diese Dalle ist schon nach Hause. Du kommst in das nächste Taxi. Okay. EGLE 2, hörst du mich? EGLE 1, hörst du mich? Okay. EGLE 1, EGLE 2, HM 2540. Oh, bitte. Hört. Gibt es eine Nachricht über unsere Helis? Habt ihr keinen Funkkontakt mehr mit ihnen? Negativ. Weder auf 45 noch auf 100. Ja, dann würde ich sagen, dann werden die anderen auf euch warten, bis ihr wieder in der Basis eingetroffen seid. WINK WINK. So bestanden, WINK. Korrektur sehe gerade, dass ein Helikopter ohnehin auf dem Weg zu ihnen ist. Oh, Friedrich. Er müsste halt zweimal fliegen. Dreimal. Wie viele seid ihr noch? Die zwei Teams plus ein Arbeiter. Ja, so verstanden. Dann einen Teil der Leute mit dem Arbeiter aufsitzen lassen. Der andere Teil wird dann von einem anderen sehr schnellen Heli zurückgeflogen. Jo, so verstanden. Bitte nochmal Meldung geben, wenn der andere schnelle Heli kommen soll. Ich bin. Bitte Ich bin inbound auf die Insel, wo soll ich euch aufsammeln? Direkt beim Dorf wieder. Check, 30 Sekunden. Versucht den Zivi nicht abzeugen. Los! Der Zivi nicht abzudeckt. Schauen wir noch. So, BZWL. Der erste Heli ist weg. Wir suchen jetzt unseren zweiten Heli, Wingquick. Ja, gib Bescheid. Ich komme mit den KZWL. In der KZWL. Unfall 2 Uhr. Ich komme mit den KZWL. Machen Sie die KZWL. Machen Sie das L Religionen. Das L ist es etwas Lektor. Bis zum nächsten Mal.